Werder Bremen ist mit einem Laktartest in die neue Trainingswoche gestartet. Runde für Runde liefen 20 Feldspieler und zwei Torhüter im Stadion Platz 11 und ließen ihre Fitnesswerte überprüfen. Nicht dabei waren Philipp Bargfrede wegen einer Mittelfußprellung aus dem Spiel gegen Hertha BSC und Finn Bartels, der noch immer mit einer Gesäßmuskelzerrung zu kämpfen hat. Ein genauer Zeitpunkt für eine Trainingsrückkehr konnte noch nicht genannt werden. Werder hat aus den ersten beiden Saisonspielen einen Punkt geholt. Einen mehr als der kommende Gegner. Borussia Mönchengladbach steht punktlos und mit einem Torverhältnis von minus 5 auf Platz 18 der Tabelle. Werders Heimspiel gegen die Fohlenelf beginnt am Sonntag um 17.30 Uhr.